Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ja, wir haben bei der letzten Folge ein wenig mit dem Hubschrauber versagt. Ja, ich muss mal schauen, ob wir das jetzt noch mal machen oder ob wir jetzt erst mal woanders weitermachen. Wir haben, ich schau mal kurz, wir haben noch Patrick und Frank McGreary. Ja, und wir haben halt dieses Ulysses Paper. Ach komm, wir machen das jetzt noch mal. Das ist jetzt, das muss auch mal ein Ende haben mit diesem komischen Hubschrauber. So, ja, dann hoffe ich mal, dass es jetzt ein bisschen besser wird als beim letzten Mal. Ich meine, das Entführen von dem Hubschrauber hat ja funktioniert, nur das, was danach kam, war nicht so gedacht, wie die, naja. Gut. Irgendwie beunruhigt mich die, äh, hab ich mich schon abbiegen müssen, okay. Irgendwie beunruhigt mich die Anzahl von Freps, die aufgenommen werden. Er sagte nämlich gerade nur 15 Frames pro Sekunde. Das wäre in der Tat ein wenig zu wenig, aber gut. Wenn er meint. Ach komm. Gut, dann. Once again, dust off. Gut, ich meine, das Camver, das überspringe ich jetzt. Ist aber auch wirklich Skilled genau hier im, äh, in der Baustelle geparkt, muss man ja sagen. xD Nearly there. You're about to see a jumper taking off of the civilization plus. You need to get hold of. Follow him. Wait until it touches down. Then when the passengers are out, get in and fly to the airport. Okay then. Ja, genau, da weiß ich jetzt wieder, was eigentlich der schwierige Part ist. Das hatten wir letzte Folge ja relativ einfach geschafft. Und das, was eigentlich leicht ist, und zwar den Helikopter zu landen, das hab ich verkackt. Ja, das war wieder mal eine super Leistung. So, wir wollen mal schauen. Ja, da hebt er ab, schön. Folgt dem Helikopter. Ja, das wird jetzt erstmal lustig. Wobei, viel falsch machen kann man da auch nicht. Außer man fährt seine Karre zu Schrott, dann kann man natürlich auch da was falsch machen. So, hier links. Und schön geradeaus. Ich mein, wir haben es ja auf dem Navi unten, also von daher kann ja eigentlich nichts schief gehen. Hoffe ich. Ja, da haben wir doch schon wieder eingeholt. Läuft ganz gut, würde ich sagen. Bis auf das komische Auto, was uns rammt. Polizeiwagen sollten wir jetzt nicht rammen, das ist ja unnötig. Ähm, rechts, wirklich rechts. Gut, dann fahren wir halt hier rechts. Ähm, wo müssen wir da links gleich? Jetzt? Ja, jetzt, würde ich sagen. Wow. Okay. Kam mir beim letzten Mal kürzer vor, die Strecke, die er fährt. Äh, fliegt besser gesagt. So. Wo will der denn überall hin? Das gibt's auch gar nicht. Aber ich glaube, jetzt sind wir gleich da. Ja, jetzt sind wir gleich da. Na, Schutzweste hab ich jetzt nicht, aber ich hoffe, die brauchen wir auch gar nicht. Wenn wir die alle überrumpeln können, dann sollte das recht schnell gehen. Ups. Genau, hier war das nämlich, da stehen nämlich schon die Typen. Gut, dann kümmern wir uns mal um die Jungs hier. Das ist dein Ernst, der schießt noch auf uns. Das seh ich anders. Und die konnte man schön an der Reihe abräumen, wenn man, äh, wenn man trifft, ja. Sieht auch schon ein bisschen länger her, dass ich die hier aufgenommen hab, deswegen verzeiht mir meine nicht gerade gute Zielgenauigkeit. Ach komm. Ach, das ist mir zu blöd. Bleib liegen. So, dann nehmen wir uns mal den Hubschrauber und fliegen diesmal ein bisschen geskillter als beim letzten Mal. Das stimmt, da hängt sich ja noch einer dran. So. W und S im Tiefer und Höher zu fliegen, ja, das wissen wir. Ja, und dann das Numpad halt benutzen, in die richtige Richtung zu fliegen, ja. Roman ruft an, oh Gott. Cousin, wie geht's? Ich bin in der Jungslub. Ich denke, du würdest wirklich in das kommen. Du kommst runter! Ich weiß nicht, ob du es hörst, Roman, aber ich bin in einem Helikopter. Ja, das ist das verrückte Scheiße, was ich habe, wenn du mich an Michelle getroffen hast. Oder Karen, oder was auch immer ihr Name wirklich ist. Rachel Candace, sie ist ein Regierungsagent oder ein Unterkörper-Kopf, was ist sie? Scheiße, ich weiß nicht. All ich weiß ist, dass die Freunde mich bei den Ballen getroffen haben. Niemand hat mich bei den Ballen auch getroffen, Cousin. Ich werde dir einen Geist geben. Ja. Ja, Roman, haben wir uns ein schickes Bild geschickt. Ja, toll, Roman. Jetzt aber krieg ich. Jetzt muss ich mir mal den Landeplatz treffen. Den habe ich ja in der letzten Folge leider verpasst. Ich behaupte nämlich, das ist das Ding da. Wo ist das denn? Ah, ich check's echt nicht. Sorry. Ah, hier. Hier, hier, hier. Nicht expediieren. Wir sind doch hier. Wo ist das denn? Oh, komm. Hier ist doch genauso gut wie da. Langsam. Langsam. Sehr gut. Besser als beim letzten Mal. Danke. Wir nehmen es von hier. Was ist das denn? Auftragsmord in der Luft, den wir aber jetzt noch nicht machen können. Also fahren wir zu Patrick McReary und kümmern uns um sein Problemchen. So, Navi sagt hier hin. Also fahren wir auch nach Navi. Ja. Das ist ganz gut. Wir wollen nicht erkannt werden. Wir wollen nicht erkannt werden an der Cover-Fahrzeug. Das ist eigentlich dann am auffälligsten schön, äh, unauffällig, auffällig. Wir wissen, was ich meine. Gut. Ähm. Ja. Alarm-Anlage. Ja. Da ist Packy. Dran vorbeigerauscht. Jawoll. Waste not once knots. Waste not once knots. Oder so ähnlich. So, der Plan war, dass wir die Diamonds in der Queen's Ass hängen. Oh, hey, Nico. Hey, Kate. Get your fucking hands off my fucking sister, boy. We're talking not having casual sex, Patrick. I pray after the amount of practice you've had, you'd know the difference. Sure, I know the difference. One leaves you feeling sad and empty and alone, and the other's casual sex. Then I'm quite sure you and Mr. Nico here will have fun on your play date. Hey. Coming, Ma. You boys play nice now. For sure. Hey. Okay. Oh, we're gonna play real nice. They're clean as a fucking whistle. One previous owner, safely driven, ready for action. We got an opportunity, my boy. Yep. Fortune favors the brave. Gotta make hay while the sun shines. So is you down, boy? Or is you out? Down for what? Down for robbing a thief. Robbing hood. Exactly. Robbing fucking hood. Who are you going to rob? The fucking mafia, boy. Is the money good? What's the risk? Well, the risk is we all die a very slow and painful death. And the money is good, very good indeed. So are you a big guy? Or we're gonna have to kill you. Well, since you put it that way, I mean... Good. Alright, alright. Let's go. Yo. Schön ballern, hab ich gehört. Ich find's immer lustig, dass hier... Ich find's immer lustig, dass die ganzen, ähm... Ach komm, die können nicht über die andere Straßenseite laufen. Was sind mit denen? Ähm... Dass die Missionen mit Pecky immer schön im heimischen Wohnzimmer starten. So komm, dann steck mal ein. Und los geht's. Ja, fick dich Navi. Genau in die Ende-Richtung. Just great. A mafia control the waste management plant? You fucking guessed it. It's an Ancelotti operation. Ray tipped us off about a big payoff they just got. A bad cash payoff. Ancelottis, huh? I can't tell none of those want families apart. Ancelottis, Gambinos, Pecorinos. It's the fucking Peg-a-rinos, man. We're working for them. Pecorinos are type of cheese. Peg-a-rinos is a bunch of guido gangsters out of Alderney. They're all mafia, though? Of course they are. Cosa Nostra and all that shit. Our family used to be bigger than all them mafia families put together. Back in the day, that is. Not this shit again. I heard this speech a million times. The McCrearies ran the city. People were scared to say their name, let alone come near their place in Purgatory. Life was great. We were in charge. It's fucking true. I'd like to hear you tell Gerald that it's a boring story. My brother wouldn't take too kindly to that now, would he? You know that Purgatory is called what it is because people were so scared of the McCrearies? Did you know that, Nico? It's called that because people found the McCrearies story so fucking boring. Listen to them was like being in Purgatory. Fuck you, Cory. Now fucking come back there and kick your fucking ass in, man. I hear that Francis McCreary is your brother. Ah, come now. Fucking Frankie, my brother. He may have a badge, but I tell you for a fact, he's as crooked as the rest of us McCrearies. More so. At least we ain't fucking hypocrites. Kate's the only decent one. I can believe that. You know Frankie, do you? I got a story for you if you do it. Another fucking story. Shut up, Gordon. So Nico. That was a great A fucker. Steigt wenigstens alle aus? Jawoll, dankeschön. Das war jetzt echt unnötig. Komm, raus da. Ja, mach ein bisschen schneller. Los, Jungs, einsteigen. Come on, Nico. Use your... Ach, komm, das sind... Ach, da hinten sind doch zwei Sitze drin. Das seh ich doch von hier aus. Ach, Mensch. Ja. Pecky, renn nicht gegen die Tür, steigt ein. Peckerinos. 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 Peckerini. Peckerinos. Peckerinos. �. Ja. Das klingt nach, äh, hier rüber? Ja, da rüber. Häng nicht rum, steig rüber. Vielleicht mal ne vernünftige Waffe auswählen, so. Ah, geht direkt los. Ja, dann ist ja alles klar. Suchen wir uns erstmal hier schön, ne? Ach komm. Ist da was? Pekki, was ist los mit dir? Was ist denn für meine Schussbahn? Okay, mein Aiming ist grad echt schlecht. Gib's ja zu. Und ich sollte vielleicht in Deckung gehen. Der fette Kopf von dem Typen zum Weg. So komm, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite und kümmern uns zu dem hier. Ach komm, schießt dann nicht in den Container, schießt auf den Typen. Viel wär's. Da fällt schon noch einer. Hupser. Ähm, bisschen Heilung wär jetzt cool. Aber ich glaube nicht, dass wir, äh, das abgekommen werden. So, wo ist denn der Eingang? Ach da. So, Jungs. Ja, wo ist der Eingang? Wahrscheinlich hier. Kommt, Jungs, mach mal fertig. Äh, ja. Muss ich das jetzt aufmachen, oder wie? Tatsächlich. Gut, das fehlt aus dem Büro. Jetzt bringt ja noch Spaß. So, wo hängen noch welche rum? Hier ist es ja noch nicht nur zwei, oder? Komm, bleib liegen. Äh, Irgendwer prügelt sich grad von hinten, aber ist mir egal. Wer bremst, verliert. Oh, damit der Spruchflinte ist gefährlich. Komm, jetzt. Ich bin mit dir. Hakt doch nicht da rum, sondern lauf rein. So, da ist das Geld, schätze ich mal. Okay, Kids, I got the can. Shit, looks like we're not the only one there. Oh, shit, das ist einer von der Verbündeten. Die sollte man natürlich nicht treffen. You're a fan of balls, my friend. Pecky is tot. Das war jetzt aber unnötig. Das war sehr unnötig. Äh. Peckys fucking body. What am I gonna tell his brother? Shit. Ja, genau so funktioniert das. Ja, letzte Folge eine Mission gescheitert. Diese Folge eine Mission gescheitert. Ach ja, schön. Ich würde sagen, das war's aber für diese Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir diesen Scheiß nochmal machen. Bis dahin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.